Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde was geht ab zu einem weiteren The Forest Mod Video und zwar hattet ihr nachdem ich erklärt hatte wie ihr die Mod API jetzt in 2018 installiert nochmal gefragt ob ich vielleicht auch einfach mal das Ultimate Sheet Menü erklären könnte und natürlich mache ich das gerne und in dem Video geht es halt einfach nur um das Ultimate Sheet Menü was ihr euch in der Mod API runterladen könnt und einfügen könnt und ich erkläre einfach mal so die grundlegenden Sachen was man damit alles so machen kann wie es funktioniert und ja ich würde sagen bleibt dran um nichts zu verpassen und viel Spaß So hier habe ich jetzt ein bisschen was aufgebaut um ein bisschen zu zeigen zu erklären und ja fangen wir erstmal mit dem einfachsten an wenn ihr es halt aktiviert habt und drin habt drückt ihr im Spiel die Taste F1 und damit öffnet ihr das Sheet Menü und hier habt ihr jetzt erstmal die erste Seite damit könnt ihr zum Beispiel einstellen God Mode damit seid ihr unbesiegbar eure Energie geht gar nicht runter euer Hunger euer Durst alles bleibt immer gleich mit Flugmodus könnt ihr quasi fliegen also ihr fliegt und könnt einfach rumfliegen wenn ihr im Flugmodus seid und auf Player zum Beispiel geht das betrifft jetzt euch eure Leben eure Energie wie viel Grad eure Temperatur vom Körper hat eure Stärke und 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 wenn ihr hier zum Beispiel auf Speed geht könnt ihr halt viel schneller fliegen wenn ihr sprintet halt noch ein bisschen schneller und könnt so eigentlich relativ schnell auf der Karte rumfliegen wenn ihr das quasi auf dem Boden mal macht und fliegen ausstellt könnt ihr natürlich genauso schnell auch rennen aber da müsst ihr aufpassen wenn ihr jetzt zum Beispiel kein God Mode an habt und dann rennt und so wie jetzt hier landet dann ist es halt wie ein großer Sprung und teilweise tut es echt weh genauso könnt ihr Jump Power erhöhen wenn ihr jetzt springt ihr seht wie hoch ihr auf volle Kanne fliegt und hättet ihr jetzt kein God Mode an werdet ihr jetzt wahrscheinlich schon tot ähm das sind so die zwei drei kleinen Sachen die man erklären kann äh mit dem Fliegen äh müsst ihr halt einfach einstellen so das sind erstmal so die Sachen zu den ersten zwei Punkten ähm braucht euch nicht interessieren äh Instant Tree bedeutet einfach ihr Schlag gegen einen Baum und der wird direkt gefällt und fällt um ähm dass wenn ihr irgendwas einmal gegen den Haus äh gegen Haus haut dann wird das sofort zerstört wenn ihr das hier anklickt und ein Gegner kommt egal ob ihr den haut oder mit dem Bogen trefft egal wie oder wo wird er sofort sterben funktioniert auch bei Mutanten beim Endgegner bei allem und äh ja hier ihr habt einfach unendlich Benzin für eure Kettensäge und 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 ihr könnt unter Wasser um endlich Luft anhalten alles halt hier könnt ihr quasi jetzt direkt schlafen schlafen und speichern egal wo ihr seid die Free Cam ist quasi dass ihr außerhalb von eurem Körper euch bewegen könnt ähm Freeze Time ja erklärt ja schon der Name also friert die Zeit ein und nichts funktioniert mehr ähm jetzt kommen wir zu den etwas anderen Sachen und zwar wenn ihr etwas weiter runter kommt kommt hier halt Lock Hack, Item Hack etc Item Hack zum Beispiel ist ähm wenn ihr zeige ich euch gleich warte fangen wir anders an Build Hack bedeutet ihr könnt ohne Sachen wie im Creative Mode einfach alles bauen und ohne äh irgendwas zu sammeln alles komplett fertig bauen ihr könnt aber auch einfach die Taste F drücken und baut dann quasi alles was in einem Radius ist komplett direkt fertig ohne zu halten das ist die andere Sache die ihr machen könnt wenn ihr jetzt den Item Hack anmacht ähm ja dann oder Item Hack quasi dann könnt ihr hier einfach ohne irgendwas zu sammeln eure ganzen Sachen auffüllen funktioniert dann bei allen Sachen die ihr quasi sammeln könnt und so füllt ihr dann die Sachen auf hier genauso wenn ihr den an habt ihr könnt es aber auch anders machen wenn ihr den aus habt und Lock Hack anmacht könnt ihr auch euch einfach quasi Locks sheeten und äh ja so viele wie halt irgendwo reinpassen oder 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 quasi machen genau so könnt ihr jetzt wenn ihr wieder auf äh Build Hack gehen dann hier zum Beispiel die Sachen fertig bauen ohne irgendwas zu machen indem ihr einfach E haltet oder ihr drückt halt wie schon gesagt F und die kleineren Sachen baut er eigentlich direkt fertig und auch die größeren wenn ihr ein bisschen näher dran geht baut er auch in einem fertig so das sind eigentlich so die grundlegenden Befehle hier noch Bäume Fällen etc das könnt ihr alles mal ausprobieren ähm und hier könnt ihr noch auffüllen Steine Sticks äh wie auch immer wenn ihr das hier halt dann werden alle Sachen direkt aufgefüllt die ihr habt ähm funktioniert aber irgendwie nicht immer meiner Meinung nach wenn ihr hier drauf geht äh auf die zweite Seite Environment das ist quasi einfach Speed of Time das bedeutet äh eigentlich alles zum ja wie es im Spiel funktioniert wie das Wetter ist und 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 ihr seht jetzt vergeht die Zeit quasi richtig 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 schnell jetzt gleich wird es schon wieder Tag das ist einmal quasi hier äh die Zeit und hier oben die Schnelligkeit hier könnt ihr auch selber einstellen dass es Nacht sein soll oder Tag wie auch immer hier könnt ihr einstellen wie hell es in der Nacht sein soll also sagen wir jetzt mal so ist es normal so könnt ihr die Helligkeit erhöhen dass der Mond quasi mehr leuchtet und die richtig hell ab nachts äh wenn man es ein bisschen höher stellt so auf die Höhe dann könntet ihr zum Beispiel ein bisschen besser sehen ähm ja Cave Light ist quasi in den Caves einfach die Helligkeit könnt ihr damit steuern ähm ist genau wie hier mit der Nacht und beim Wetter wenn ihr auf Clear Weather geht ist gutes Wetter leichter Regen mittlerer Regen schwerer Regen hier ihr seht es fängt dann auch sofort an zu regnen das könnt ihr halt einstellen genauso wenn ihr im Schneegebiet seid könnt ihr hier mit einfach einmal alles einstellen äh wie es sein soll außerdem könnt ihr halt noch einstellen ob es nebelig sein soll und ja das ist jetzt so fürs hier fürs Land ihr seht es wird jetzt langsam nebelig und ähm vor ihrem Garten könnt ihr euch hier noch ähm ja dass das alles wächst was ihr euch angepflanzt habt auch noch einstellen wenn ihr auf Player geht könnt ihr halt wie gesagt alles einstellen obwohl hier eigentlich nur Speed finde ich jetzt persönlich äh aus wichtig ist damit ihr quasi hier schneller auf der Map rumfliegen könnt und ähm müsst ihr euch einfach mal selber ein bisschen durchklicken hier habe ich noch gar nicht so viel ausprobiert ich glaube hier unten ist für ähm den Multiplayer dass ihr euch anders anziehen könnt und so ähm ja auf Animals könnt ihr euch quasi deswegen habe ich hier die Käfige vorbereitet wenn ihr einmal drauf drückt könnt ihr euch die einzelnen Tiere spawnen und ähm ja die spawnen dann da an der Stelle wo ihr gerade seid ihr könnt jedes Tier was es im Spiel gibt äh einmal spawnen lassen und äh hier könnt ihr quasi alle Tiere die auf der Karte sind töten und äh hier könnt ihr alle äh Tiere töten die bei euch im Umkreis sind ich weiß allerdings nicht wie groß genau der Umkreis ist und für das zweite Ding habe ich mir überlegt wenn ihr auf äh Mutanten geht könnt ihr einmal einzeln die Mutanten wenn ihr hier klickt äh ja einfach äh ihr seht Armsey, Spinne, Baby, alles was ihr wollt und hier unten könnt ihr direkt einen kompletten Stamm also 4, 5 wie auch immer direkt gleichzeitig spawnen lassen so ich warte noch kurz so ihr seht zack dann habt ihr eine ganze Familie direkt da drin und hier kann ich euch jetzt mal zeigen wenn ihr jetzt zum Beispiel hier auf Instakill geht und wir jetzt einfach mal hier die äh wir landen mal kurz sonst kommt ihr nämlich nicht ins Inventar wenn ihr im Flugmodus seid Gottmodus ist aktiviert uns passiert jetzt gar nichts ein Schlag zack und er ist tot ein Schlag gegen ihn komm ran zack er fällt um also ihr seht die sterben sofort wenn ihr äh Instakill oder so anmacht hier spawnen dann halt oh mein Gott die Spinne ist die tot? ja krass so das äh ist das eine ähm ihr könnt quasi dann auf spawn da könnt ihr für euch alle Sachen spawnen die ihr braucht ihr könnt einzeln anklicken was ihr braucht und ihr könnt hier auf Inventory gehen und dann könnt ihr euch einfach einmal das das ein Arm Pfeile zum Beispiel bla 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 ihr klickt einfach überall drauf oder ihr klickt hinten drauf wenn ihr zum Beispiel Pfeile wollt drückt ihr auf Add Max und der fügt euch direkt die größte Anzahl die ihr im Inventar tragen könnt äh zu warte ich zeige euch das hier auch mal ganz kurz wir müssen wieder Flugmodus ausmachen hier jetzt haben wir zum Beispiel schon die Pfeile moderne Axt halt alles was ich einmal angeklickt hab und äh so funktioniert das von dem Prinzip ja hallo direkt ne Faust gegeben und es ist tot guckt euch das an die schlachten sich das dann selber ab ähm ja außerdem könnt ihr aber auch ganz einfach wenn ihr ähm auf spawnen geht im Inventory könnt ihr hier oben auf Add All gehen dann fügt ihr euch einmal alles hinzu was es bis jetzt im Inventar überhaupt ja möglich ist zu tragen oder was es überhaupt gibt dann habt ihr quasi direkt alles komplett ausgerüstet überall alles dran ihr habt die Flinte mit äh Lampe und 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 ihr habt halt alles und ähm das ist die Möglichkeit wenn ihr quasi kein Bock habt alles mehr zu suchen einfach ihr drückt einmal alles sheaten dann könnt ihr auch die Mod-API wieder ausmachen und äh ja braucht es eigentlich nicht mehr guck mal die haben sich alle selber über den Haufen gehauen was für Idioten ähm das ist das hier für einen Coop gibt es noch nichts äh und ja hier könnt ihr quasi euch dann auch nachher einfach einzeln die Sachen noch hinzufügen und ähm hier könnt ihr noch gucken wo ihr seid und euch zu einer ähm gewissen äh Position teleportieren und äh funktioniert aber auch nicht so hundertprozentig immer wie ihr seht ich bin jetzt gerade einmal aus dem Spiel Moment so jetzt bin ich wieder drin und bei Game äh könnt ihr noch euer Spiel speichern ihr könnt äh hier noch den Modus umstellen ich kann jetzt zum Beispiel auf Hard gehen weil ich auf Normal war und jetzt ist der Modus auf Hard gestellt und das ist eigentlich alles äh zur Mod-API und ähm ja zur Mod-API jetzt an sich nicht das war jetzt eher nur zum Sheetmenü aber an sich das ist alles so könnt ihr quasi alles machen und seid relativ frei und ich hoffe euch hat das jetzt ein bisschen geholfen dass ihr jetzt auch ein bisschen freier damit seid und ein bisschen besser klarkommt schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare ich würde mich auf jeden Fall freuen wenn es euch geholfen hat und ich würde sagen abonnieren falls ihr es noch nicht getan habt um nichts mehr zu verpassen macht es gut bis zum nächsten Video haut rein peace out